Female Model Chiara Wasser Outdoor Bikini Fotoshooting in der Raab Fluss Steiermark, Raab Club Wett T-Shirt in Klippel 20 Tipps für Foto und Video Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Chiara Wasser und das Outdoor Bikini Fotoshooting an der Raab in der Steiermark Ein unvergessliches Erlebnis Wenn du als Fotograf oder Videograf auf der Suche nach neuen kreativen Herausforderungen bist dann ist dein Outdoor Bikini Fotoshooting an der Raab in der Steiermark die perfekte Gelegenheit deine Fähigkeiten zu testen und zu erweitern Die malerische Landschaft dieser Region bietet eine traumhafte Kulisse für einzigartige Aufnahmen und das Zusammenspiel zwischen dem weiblichen Model Chiara Wasser und der wilden Natur macht dieses Fotoshooting zu einem beeindruckenden Erlebnis Die Raabklamm, durch die sich der Raabfluss windet bietet eine der atemberaubendsten Naturlandschaften Österreichs Tiefe Schluchten, kristallklares Wasser und üppige Vegetation machen diesen Ort zu einer idealen Kulisse für Fotografie und Videografie Besonders in den frühen Morgenstunden, wenn das Licht weich und schmeichelhaft ist entfaltet die Klamm ihre ganze Pracht und verleiht deinen Aufnahmen eine magische Atmosphäre Die Vorbereitung Was du für ein gelungenes Fotoshooting brauchst, bevor du in das Abenteuer des Outdoor-Fotoshootings eintauchst, ist es essentiell, gut vorbereitet zu sein Ein Fotoshooting in der freien Natur, insbesondere in einer Umgebung wie der Raabklamm, stellt besondere Anforderungen an deine Ausrüstung und Planung Ein zentraler Aspekt ist die Auswahl der richtigen Ausrüstung Wasserdichte Kameragehäuse sind ein absolutes Muss, wenn du planst, das Model direkt am oder im Wasser zu fotografieren Zusätzlich solltest du Reflektoren einpacken, um das Licht optimal zu lenken und ein Stativ für stabile Aufnahmen verwenden Ein Gimbal ist für Videoaufnahmen von unschätzbarem Wert, um verwackelungsfreie und flüssige Bewegungen einzufangen Denke daran, die Wetterbedingungen zu beachten und deine Ausrüstung entsprechend anzupassen Eine weitere entscheidende Vorbereitung ist die Planung der Aufnahmen Überlege dir, welche Stimmungen und Emotionen du einfangen möchtest Gerade bei einem Wet-T-Shirt-Shooting, wie es mit Chiara Wasser stattgefunden hat, kannst du die Verbindung zwischen Wasser und Model besonders gut in Szene setzen Chiara zeigte beeindruckende Fähigkeiten im Posen und bewegte sich mit unglaublicher Leichtigkeit und Eleganz durch die Natur, was die Bilder zu einem visuellen Erlebnis machte Die Magie der Rabklamm Eine perfekte Kulisse Die Rabklamm selbst ist eine Kulisse, die jeden Fotografen und Videografen begeistert Das wilde Wasser, das durch die Schlucht strömt, die rauen Felswände und die dichte Vegetation schaffen ein beeindruckendes Szenario Besonders interessant ist das Spiel mit den verschiedenen Lichtverhältnissen, die sich im Laufe des Tages ändern Chiara Wasser hat das Shooting mit ihrer professionellen Ausstrahlung perfekt ergänzt Die Auswahl an Bikinis und das anschließende Wet-T-Shirt-Shooting brachten eine interessante Dynamik in die Bilder Die Kombination von trockenen und nassen Posen eröffnete viele kreative Möglichkeiten Besonders die Aufnahmen, bei denen das Model mit dem Wasser spielte oder die Silhouette von nassem Stoff betont wurde, erzielten einen starken visuellen Effekt Kreative Videoaufnahmen Chiara Wasser in Bewegung Neben den Fotos waren die Videoaufnahmen ein weiterer wichtiger Teil des Projekts Ein gut inszeniertes Video fängt nicht nur die Schönheit des Modells ein, sondern erzählt auch eine Geschichte Bei einem Outdoor-Shooting wie diesem ist es wichtig, die Interaktion zwischen Model und Natur zu betonen Chiara hat in verschiedenen Szenen das Wasser mit ihren Händen geworfen, in den Wellen gespielt und ist elegant durch den Fluss gewartet Solche Momente verleihen dem Video eine besondere Dynamik und machen es spannend und ästhetisch ansprechend Ein weiterer Tipp ist die Verwendung von Slow-Motion Aufnahmen Wasserbewegungen wirken in Zeitlupe besonders dramatisch und können die Aufmerksamkeit des Betrachters fesseln Ebenso kannst du die sanfte Bewegung von Chiaras Haar im Wind oder die Tropfen, die vom Wet T-Shirt abperlen, in Slow-Motion einfangen, um beeindruckende Effekte zu erzielen Die Tonspur darf nicht unterschätzt werden Das Rauschen des Flusses, der Wind in den Bäumen oder das leise Plätschern des Wassers schaffen eine authentische Soundkulisse, die deinem Video eine zusätzliche Dimension verleiht 20 Tipps für ein erfolgreiches Foto- und Videoshooting in der Natur Um dein Outdoor-Fotoshooting optimal zu gestalten, habe ich einige wertvolle Tipps zusammengestellt, die dir helfen, die perfekte Aufnahme zu machen und das Beste aus deinem Shooting herauszuholen Fotografie-Tipps Goldene Stunde nutzen Fotografiere bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang für sanfte, warme Lichtverhältnisse Reflektoren verwenden Helle die Schatten im Gesicht des Models auf, besonders unter den Augen Polarisationsfilter einsetzen Reduziere Reflexionen auf dem Wasser und intensiviere die Farben Hohe Verschlusszeiten wählen Fange spritzendes Wasser und schnelle Bewegungen in gestochen, scharfen Bildern ein Unterwasseraufnahmen Nutze wasserdichte Gehäuse für spektakuläre Unterwasseraufnahmen Verschiedene Perspektiven Fotografiere aus der Vogel- oder Froschperspektive für einzigartige Blickwinkel Wetlook betonen Nutze das Wasser, um die Haut des Models glänzend und frisch erscheinen zu lassen Gegenlicht verwenden Experimentiere mit Silhouetten und Lichteffekten bei Sonnenauf- oder Untergang Dynamische Posen Ermutige das Model zur Bewegung, um lebendige und energiegeladene Bilder zu erhalten Detailaufnahmen Nimm Makroaufnahmen von Wassertropfen oder feinen Stoffen auf Videografie-Tipps Slow-Motion nutzen Fange fließende Bewegungen des Wassers und des Models in Zeitlupe ein Gimbal verwenden Erzeuge sanfte, stabile Videoaufnahmen trotz Bewegung Szenenübergänge planen Szenenübergänge planen Gestalte nahtlose Übergänge, indem du mit der Natur interagierst Zum Beispiel durch das Eintauchen ins Wasser Natürliche Sounds einfangen Nimm Umgebungsgeräusche auf, um eine authentische Atmosphäre zu schaffen Weitwinkelobjektive verwenden Erfasse die majestätische Landschaft der Raabklamm in ihrer ganzen Weite Nahaufnahmen Fokussiere auf emotionale Details wie Gesichtsausdrücke oder Hände Farben bewusst einsetzen Verwende Farbkorrekturen, um die Stimmung des Videos zu unterstreichen Wasserspiele inszenieren Lass das Model mit dem Wasser spielen Das sorgt für Bewegung und Lebendigkeit Zeitraffer und Zeitlupen kombinieren Nutze verschiedene Geschwindigkeiten, um interessante Kontraste zu schaffen Eine Geschichte erzählen Entwickle eine Erzählstruktur, die das Video in einen sinnvollen Kontext bringt Ein Outdoor-Shooting mit Chiara Wasser Kreativität und Natur im Einklang Das Outdoor-Bikini-Fotoshooting mit Chiara Wasser an der Raab in der Steiermark war ein außergewöhnliches Erlebnis, das die Schönheit des Modells und der Natur in perfekten Einklang brachte Mit den richtigen Techniken und einer durchdachten Planung kannst auch du solche beeindruckenden Bilder und Videos erschaffen Die Kombination aus professionellem Model, faszinierender Naturkulisse und kreativer Fotografie führt zu Ergebnissen, die nicht nur ästhetisch ansprechend sondern auch emotional berührend sind Lass dich inspirieren, deine nächste Fotosession im Freien zu planen und probiere diese Tipps und Tricks aus, um dein kreatives Potential voll auszuschöpfen Mehr im Buch Kreativ fotografieren und filmen mit dem Smartphone für Fotos und Videos Smartphone-Fotografie Profitipps mit dem Handy für Freizeit Hobby und Business auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt Und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist Bis zur nächsten Episode Mach's gut und bleib inspiriert Mach's gut Tschüss Vielen Dank.